Ich habe, oder wir haben bei den Aufnahmen immer wieder gedacht, das wäre auch ein Roman, den man sehr gut verfilmen könnte. Und von daher glaube ich, dass es als Hörbuch sehr gut funktionieren wird. Ich entschuldigte mich, um zur Toilette zu gehen und dort diskret mein Smartphone zu befragen. Man findet ja wirklich den letzten Blödsinn im Netz. Meine Recherche dauerte zwei Minuten und ich informierte mich darüber, dass Robert Rediger für seine pro-palästinensische Haltung bekannt und eine der maßgeblichen Schlüsselfiguren des Boykotts israelischer Universitäten war. Es ist ein unglaublich plastischer, szenischer Text. Das kommt vielleicht, was ja bei ihm, ich weiß jetzt nicht, ob es immer macht, aber doch sehr häufig, durch den Ich-Erzähler. Und es ist eine enorm, teilweise komische, teilweise auch traurige, aber vor allem, glaube ich, visionäre Geschichte. Nicht, weil man glaubt, es wird tatsächlich genauso sein 2022, sondern weil er eine bestimmte Stimmung und auch eine bestimmte Angst in der Gesellschaft, glaube ich, aufgreift und sehr, sehr gekonnt verarbeitet.